Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut, ihr seid alle gut in diesen Tag reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 19.500 US-Dollar. Wir haben einen kleinen Abverkauf gesehen. Was die Hintergründe sind, werden wir uns auf jeden Fall im Video anschauen. Und wohin geht jetzt möglicherweise die Reise auch? Das werden wir uns anschauen jetzt übers Wochenende. Wird extrem, extrem spannend. Ansonsten bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer zu einem Video benachrichtigt. So, und auch noch ein kleiner Reminder, wenn ihr Bock habt, diese Bitbox hier zu gewinnen, die BTC Only Edition, habe ich ja gestern das riesige Altcoin-Update rausgehauen. Also hier könnt ihr schauen, 42 Minuten geballte Altcoin-Power. Also wenn ihr Bock habt, da die Bitbox zu gewinnen, schaut gerne bei dem Video vorbei, abonniert den Kanal und lasst einen Kommentar unter diesem Altcoin-Update-Video darunter. Einfach irgendein Kommentar. Video werde ich dann nächste Woche auslosen, wer es dann gewonnen hat. Und dann auch benachrichtigen in dem jeweiligen Video dann, was ich raushaue. Ja, soviel dazu. Wie gesagt, ich würde sagen, wir starten jetzt direkt durch. Wie gesagt, 19.500 US-Dollar. Wir sind genau ins Golden Pocket hier reingekommen. Klar, wir sind so minimal drunter, aber wir haben ja gesagt, Luft bis mindestens 19.200 US-Dollar ist. Aufgrund dieser einen Vektor-Candle, die hier unten noch lag, die wurde noch nicht ganz aufgefüllt. Wir sind bis auf 19.274 US-Dollar runtergekommen, haben aber ein 4-Stunden-Close in unserem Golden Pocket bekommen. Und da halten wir uns momentan auch ganz gut. Die Abverkaufswelle, die dann hier eingeschlagen hat, hatte sehr, sehr hohes Volumen. Die darauffolgenden mit dem tieferen Tief dann nicht mehr. Also das heißt, wir kriegen hier schon langsam ein bisschen Stabilisierung rein. Trotzdem, warum kam es überhaupt zu dem Abverkauf? Einerseits die neuen Jobs, die geschaffen wurden, doch ein bisschen höher als gedacht. Und die US-Arbeitslosenquote liegt nur noch bei 3,5%. Das wiederum stärkt natürlich die FED in ihrem ganzen Drumherum, die Zinsen weiterhin anzuheben. Es klingt wirklich makaber, aber wenn die Arbeitslosenquote dann wirklich mal wieder steigen sollte, ist es wiederum gut für die Märkte. Man hat es gestern beim S&P und beim Dow Jones und so etc. pp gesehen. Sieht man hier ganz gut, dass wir hier gestern Abend eine deutliche Abverkaufswelle nochmal reinbekommen haben. Aber, was man auch dazu sagen muss, ihr könnt euch noch an diese Unterstützungslinie hier erinnern, an diese Unterstützungsbox. Die haben wir auf den Dollar genau getroffen und dann ging es wieder nach oben. Jetzt, wie gesagt, gestern dieser Abverkauf. Aber sollte diese Box halten, sieht es auch ganz gut, sage ich auch mal, für den Kryptomarkt aus. Jetzt wieder zurück zu Bitcoin. Wir gehen mal ganz kurz hier in den 1-Stunden-Chart noch mit dazu. Wir sehen einfach hier, wie dieser Abverkauf dann relativ schnell stattgefunden hat. Das heißt, wir haben hier auch wieder eine Ineffizienz gebildet bei ungefähr 19.800 US-Dollar. Aber es wäre jetzt wirklich wichtig, dass wir hier noch ein bisschen Stabilität reinkriegen, über diese 1-Stunden-Supply kommen und dann zumindest mal diese Ineffizienz bei ungefähr 19.800 US-Dollar abholen. Wie dann hier die Reaktion ist, wird sich dann entscheiden, ob wir dann doch nochmal einen deutlichen Satz tiefer gehen und möglicherweise hier wirklich nochmal in den Bereich der 18.800 oder 19.000 US-Dollar gehen oder ob die Kraft, sage ich mal, reicht, um hier, sage ich mal, nach oben hin auszubrechen und hier wirklich diesen Move Anfang nächster Woche dann wirklich auszulösen. Weil was wir auch dazu sagen müssen, ihr seht schon hier diese gelbe Linie, die hier verläuft. Im Endeffekt können wir das auch als Retest unseres riesigen Falling-Vetch-Chart-Patterns sehen. Das heißt, alles, auch wenn es jetzt wieder News-Abverkauf war, trotzdem hat es irgendwie einen Sinn gehabt. Wir sind ausgebrochen, ein bisschen drüber oder seitwärts im Endeffekt verlaufen. Zeit ist ein Ausbruch aus unserem Falling-Vetch und jetzt hatten wir den perfekten Retest mit nochmal Test des Golden Pockets. Also momentan sieht es meines Erachtens immer noch sehr, sehr gut aus, dass wir hier möglicherweise ab nächster Woche wirklich ein bisschen bullischer sein könnten. Aber ich finde, dieses Wochenende wird jetzt einfach entscheidend sein. Sollten wir uns hier, sag ich mal, in dieser Region um das Golden Pocket, das heißt, diese 19.500 oder 19.200 US-Dollar stabilisieren und nächste Woche dann wirklich hier diese Trendwende reinbekommen. Was man natürlich dazu sagen muss, Inflationsdaten kommen nächste Woche noch. Das heißt, nächste Woche, Mitte der Woche, Donnerstag wird es dann auch nochmal deutlich, deutlich volatiler werden. Aber momentan hat sich nichts geändert. Wir sind ausgebrochen aus unserem Falling-Vetch. Das Volumen, klar, lässt sich drüber streiten, ist nicht sonderlich gut. Auf Binance wiederum ist es wiederum top gewesen. Aber ich bin der Meinung, dieses Wochenende wird sich auf jeden Fall entscheiden. Wir müssen uns auf jeden Fall hier in dieser Region weiterhin aufhalten. Wir dürfen jetzt nicht unbedingt hier noch weiter nach unten dumpen in die Region von 17.500. Das wäre wiederum nicht so gut. Aber sollten wir uns hier aufhalten, besteht weiterhin die Chance, dass wir uns hier stabilisieren und dann so langsam hier eventuell nächste Woche einen Abtrend reinkriegen und die 21.000 US-Dollar knacken. Vielleicht bis Mittwoch, Donnerstag, bis die Inflationsdaten kommen. Und dann wird sich meines Erachtens sowieso die Richtung vorgeben. Sind die Inflationsdaten geringer, dann ist die Möglichkeit höher, dass die FED wiederum die Zinsen ein bisschen senkt oder zumindest nicht mehr so aggressiv vorgeht, weil im Endeffekt es passt, was die dann machen. Oder ist die Inflation höher, dann werden wir wahrscheinlich wieder mit so einem Drop, wie wir hier drüben gesehen haben, wiederum rechnen müssen einfach. Gut, so viel dazu. Ethereum leider nicht meine Order abgeholt. Muss man ganz ehrlich sein. Wir hatten ja hier das Golden Pocket bei 1.307. Ich habe die Order ein bisschen weiter oben gehabt. Trotzdem, wir sind nur bis auf 1.317 US-Dollar gekommen. Leider. Aber gut, vielleicht kommt die Chance noch. Auch hier sollte Bitcoin natürlich doch nochmal die 19.200 US-Dollar andeuten. Dann sehen wir Ethereum wahrscheinlich doch hier irgendwo in der Region. Und dann könnte auch diese Order erstmal abgeholt werden. Und dann möchte ich auch hier eben diesen Move in Richtung 1.415 US-Dollar sehen. Es sieht momentan einigermaßen gut aus, dass wir uns auch hier im Laufe des Tages vielleicht doch nochmal stabilisieren. Wir haben hier auch noch eine Ineffizienz, die in den Bereich der 1.344 US-Dollar geht. Das wäre gut, wenn wir uns die zuerst holen und dann mal schauen, wie hier die Reaktion ist. Und dann eventuell, dass wir hier doch nochmal den Move nach unten hin machen. Sollten wir uns natürlich hier oben stabilisieren und hier ein bisschen konsolidieren. Und dann einen schönen Wochenstart haben, kann ich mir eher die 1.415 US-Dollar vorstellen. Aber wie gesagt, die Ineffizienz bei 1.344 auf jeden Fall mal im Auge behalten. Dann XRP deutlich am Pumpen. Also gestern enorm großen Pump mittlerweile wieder gesehen. Wir sind hier mittlerweile bei 0,52 US-Dollar Cent. Der Trend hält. Jetzt wird es natürlich entscheiden. Ich habe ja schon mal darauf spekuliert, hier oben in Short reinzugehen. Bei ungefähr 0,56 aufgrund dieses hohen Volumens, was wir hier oben hatten. Aufgrund diesen langen Docht. Und diese Ineffizienz, die hier oben noch liegt, einfach in diesem Bereich. Das könnte noch interessant werden. Werde ich auch im Auge behalten, dass wir uns vielleicht dieses Hoch noch holen. Mit einem minimal höheren Hoch. Dann muss aber auch wirklich vorliegen, dass wir hier deutlich weniger Volumen kriegen. Bisschen Konsolidierung hier. Vielleicht so einen allgemein bezeichneten Bud-Simpson-Pattern. Auch wenn ich das überhaupt nicht mag. Und dann vielleicht hier nochmal einen Retest in den Bereich der 0,48 kriegen. Haben wir ja gestern auch im Altcoin-Video darüber gesprochen, wie so der langfristige Weg aussehen könnte. Oder wie hoch es gehen könnte. Trotzdem, ich gehe weiterhin davon aus, dass wir früher oder später vielleicht nochmal in den Bereich der 0,40 reingehen. So, dann, kurzer Blick zu Luna Classic. Auch hier wenig Veränderung. Wer den Pump hier mitgenommen hatte, ist auf jeden Fall ordentlich im Profit. Aber ansonsten, wir haben hier unten einfach nochmal bei den 0,16. Ich verkürze es gerne mal ein bisschen, diese 0,16 hier unten, dieser Bereich. Weiterhin Long-Term interessant. Trotzdem, jeder, der da drin ist, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Aber momentan tut sich hier einfach nichts. B&B nach dem Hack wurde ich auch ganz ehrlich des Öfteren gefragt. Ja, was hältst du davon? Ist das jetzt bearish zu sehen? B&B und so wurde gehackt? Sehe ich ehrlich gesagt nicht als bearish. Das sehe ich sogar eher ein bisschen als Test. Die haben das Problem relativ schnell gelöst. Ziemlich schnell die Blockchain wieder down gemacht und dann wieder zum Laufen gebracht. Also das zeugt von mir eher davon, okay, die Leute sind hinten dran. Da tut sich was, auch wenn es gehackt wurde. Ein Hack ist nicht schön. Ganz ehrlich, will man natürlich nicht bestätigen. Trotzdem ist es für mich ein guter Test gewesen, einfach ob die das relativ schnell wieder hinkriegen. Also ich sehe das Ganze nicht so bearish. Klar, wir hatten diesen am Verkauf, aber auch dann hier wegen diesen Arbeitsmarktdaten. Wir haben hier noch ein tieferes Tief mit relativ viel Volumen. Heißt, die Chance ist auch hier nochmal, dass wir hier nochmal ein kurzes tieferes Tief finden in dem Bereich der 278 US-Dollar. Passt auch ganz gut, wenn man sich das hier drüben anguckt mit diesem Wix überein. Und dann ziehen wir uns auch mal hier noch ganz kurz das Golden Pocket dazu von dieser Aufwärtsbewegung von hier. Und sehen wir auch, okay, hier ist das Golden Pocket. Nur, was mir hier ein bisschen Gedanken macht, ist einfach hier noch diese Ineffizienz hier in diesem Bereich hier. Bei ungefähr zwischen 277 und 273. Ob wir dann vielleicht nicht sogar ein bisschen tiefer gehen. Hier nochmal so die Leute rauswicken, um dann erst, sage ich mal, einen Abtritt nach oben hinzukriegen. Aber gut, das muss man sehen. Das ist jetzt erstmal so der Plan für kurzfristig. Ich würde sagen, das waren genug Coins. Wenn ihr irgendwelche Coin-Wünsche habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Oder halt das große Altcoin-Update-Video anschauen. Ansonsten noch ganz kurz zu den News. Auch hier nochmal bei einem Smart Chain vorübergehend gestoppt. Die Hintergründe, wen das alles nochmal interessiert, was da genau passiert ist. Oder woran das gelegen hat. Gerne mal den Artikel bei CryptoGuru vorbeischauen. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns morgen wieder. Aber nicht auf meinem Kanal wahrscheinlich. So wie ich das jetzt zumindest rausgehört habe. Gibt es morgen ein Video bei Trading on Air. Also auch da gerne vorbeischauen. Freue ich mich auf jeden Fall morgen drauf. Deswegen morgen das Update bei denen. Ich würde sagen, wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns dann morgen an anderer Stelle wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.